Schnapsglas rein? Einfach neig, oder? Ja, ein bisschen in die Mitte. Das ist gut. Nimmst du die Auge rein? Oh, stich doch. So, jetzt sind die drei Zähne, oder? Und Olli. Und so wurde. Gute Erdbelle eines. Jetzt fällt es da zum Regnen an. Oh, schön. Jetzt kommen wir hier hin, wo wir wollen. Gut. Jetzt war es ab. Jetzt stecken wir es rein. Musst du ein bisschen rumrühren. Was ist das, Olli? Einfach nur Farbe, oder? Rühren, meine Röhre. So. Na, was ist das? Ja, das ist so Bodenfarbe. Das kommt da jetzt mit rein, damit es irgendwie ein Maß rumgeht. Genau. Wir müssen jetzt hier das machen. Das macht dann der Mike. Der macht hinten. Was ist das mit einem Flugzeug. Das war's. Vielen Dank.